Hallo, ich würde euch gerne etwas zeigen und zwar das hier, worauf ich sitze. Mein neuer Stuhl habe ich bekommen vor wenigen Wochen von Asus ROG, Republic of Gamers. Das ist das Label, von dem ich meinen PC bekomme, von dem ich nur Monitore bekomme, ganz viele Peripherie. Meine Maus ebenfalls und jetzt auch diesen Stuhl halt. Das ist ein neuer Stuhl von denen, gerade ist auf den Markt gekommen und hörte auf den stattlichen Namen ROG Destry, ergo Gaming Chair Destry. Das ist auf Englisch das Schlachtross, also so ein monumentales Teil, auf dem die Ritter viel sitzen. Auch rückenschonend, ich bin ja nicht mehr der allerjüngste, gerade 60 Jahre alt geworden. Sitze auf diesem Stuhl mittlerweile von morgens. Okay, das war gelogen vom frühen Mittag aus, den ganzen Tag über am Schreibtisch bis in den Abend hinein bei meinen Twitch-Streams. Also viele, viele Stunden lang auf meinen vier Buchstaben und möchte ihn nicht wieder hergeben. Deshalb bekommt ihr auch nicht denselben, sondern nur den gleichen. Bei Interesse mit meinem Kuni, die Gutscheinkau, de WB+, 15% Rabatt bis zum 12. Juli im Asus-Webshop. Ich hänge ans Ende dieses Videos dieses Video dran, das hatte die Deutschlandzentrale von Asus selber produziert. Da seht ihr alle Details über den Stuhl. Ihr könnt bei Interesse auch hier einfach auf Details draufklicken und auch hier noch draufkommen. Da gibt es hier die Menge andere Videos noch oder auch GIFs, wo man sich den Stuhl im Detail und die vielen Dinge, die man da verändern kann, anzeigen lassen kann. Der Stuhl ist deshalb so teuer, nicht nur das hochwertige Material, sondern weil man wirklich alles, alles da dran verstellen kann. Jedes kleinste Detail kann man daran verstellen. Man kann die Lehnen im 360-Grad-Winkel drehen. Frag mich nicht warum. Man kann die Kopfstütze nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Man kann alles Mögliche machen. Gerüchteweise, wir sind im Internet, ich kann gerne Gerüchte in die Welt setzen, ist im Stuhl sogar ein Schleudersitz eingebaut. Falls ihr die Raketentriebwerke zündet und damit zum Arbeitsplatz oder zum Supermarkt fliegen könnt, könnt ihr dann euch notfalls noch rauskatapultieren, falls ihr beschossen werdet. Ich weiß nicht, könnte auch ein Gerücht sein, aber ich kann es sehr gerne mal behaupten. Links da drunter in der Textbeschreibung auf YouTube, führend auf diese Sammelseite hier. Da seht ihr, wie der Code heißt und bis wann der gilt? 12. Juli einschließlich. Den Code gibt es den Großteil des Jahres über. Der führt nur dann zu irgendwelchen anderen Produkten. Ach wisst ihr was, ich blende euch einfach mal das Video ein von Asus ROG. Guckt euch das doch mal selber an, ob euch das interessiert, oder? Habt ihr Rücken? Dann ist der ROG Destrier Ergo Gaming Chair eure Rettung. Er verbindet Gaming Features und moderne Optik mit ausgefeilter Ergonomie und flexiblen Einstellungsmöglichkeiten. Der Name ist Programm. Denn Destrier beruft sich auf ein seltenes Schlachtrost im Mittelalter, das die Ritter fest im Sattel hielt und so für viele gewonnene Schlachten verantwortlich war. Trotzdem komisch, dass du auch Ozeane überwindest, wenn ich pfeife. Ein fester Halt und eine ideale Sitzposition ist aber auch hier der absolute Anspruch. Daher trägt der ROG Destrier Ergo Gaming Chair die Bezeichnung Ergo für Ergonomie direkt im Namen. Denn die ist wichtiger denn je. Hand aufs Herz. Wer sitzt nicht stundenlang gebannt vor seinen Bildschirm und geht seinem digitalen Leben nach? Kein Wunder also, wenn viele heutzutage über Probleme klagen, die durch eine suboptimale Körperhaltung entstehen. ROG schafft hier Abhilfe, denn die Bauteile wurden mit Blick auf die ideale Haltung hin konstruiert. Dazu zählen die völlig neu entwickelten Räder, die laufruhig und aus extraweichem Polyurethan bestehen, um eine zusätzliche Federung zu ermöglichen und euren Boden leben zu lassen. Was sofort ins Auge fällt, sind hingegen die Mesh-Flächen, die an Sitz- und Rückenfläche sogar unterschiedlich sind, um dem besten Komfort zu ermöglichen. Mesh-Gewebe ist dabei atmungsaktiv und verhindert so die Entstehung einer Sauna, damit ihr und eure Komponenten jederzeit wohl temperiert seid. Die exklusiven Armlehnen aus Aluminium-Druckguss halten dabei einen besonderen Trick bereit. Später dazu mehr. Das Akustik-Paneel, das sich über einen leichten Winkel am besten installieren lässt, verringert nervende Geräusche, die eure Konzentrationen stören können, damit ihr effizient arbeiten und vor allem in Ruhe gamen könnt. Ein zentraler Bestandteil eurer richtigen Rückenhaltung ist die Kopfstütze, die flexibel in Höhe und Tiefe und sogar Winkel an euer Haupt anpassbar ist und euch auf diese Weise voll und ganz unterstützt. Der ROG Destry Ergo Gaming Chair ist dabei für bis zu 150 Kilogramm ausgelegt und bestens geeignet für Menschen zwischen 1,65 Meter und 1,85 Meter. Dank der zahlreichen Anpassungsoptionen können aber auch Hünen wie Geralt die ideale Einstellung finden. Und genau hier liegt die ultimative Stärke des ergonomischen Gaming Chairs. Dadurch, dass sich jeder Teil exakt auf euch einstellen lässt, findet jeder die Position, die ihn oder sie über viele Stunden und lange Sessions bequem sitzen lässt. Lehnt euch zurück und genießt den Komfort, der euch zusteht. Justiert dabei die Stärke der Feder so, dass ihr euch ohne Flaschenzug wieder aufrichten könnt oder stellt die Position für ein Nickerchen einfach fest. Nicht zu unterschätzen ist darüber hinaus die justierbare Sitzfläche, die vor- und zurückgeschoben werden kann. Eine merkbare Entlastung eures Rückens stellt sich aber spätestens dann ein, wenn ihr eure Lordosenstütze auf euch eingestellt habt. Diese Unterstützung für eure Wirbelsäule lässt sich in der Höhe und in der Intensität anpassen und ergibt für sich bereits einen immensen Unterschied. Ihr werdet es merken. Doch nun wie versprochen zu den Armlehnen, denn die kennen gleich mehrere Dimensionen. So könnt ihr die großen, weich gepolsterten Armauflagen nach belieben um 5 Zentimeter nach vorne und hinten verschieben und sogar um 360 Grad drehen. Das eigentliche Highlight versteckt sich allerdings in ihrer unglaublichen Höhenverstellung von bis zu 14 Zentimetern über der Sitzfläche. Das erlaubt euch eine optimale Haltung zu bewahren, wenn ihr euch intensiv mit euren mobilen Geräten beschäftigt. Daher nennt sich diese Funktion Mobile Gaming Mode und ist nicht mehr wegzudenken, wenn ihr auf einer Augenhöhe mit eurem ROG Phone seid oder ihr euch eine ausgedehnte Pause mit eurem ROG Alley könnt. Ja, so viel zu diesem Stuhl, der übrigens empfohlen wird für eine Körpergröße von 1,65 bis 1,85 und ein Körpergewicht bis maximal 150 Kilogramm. Der Link ist darunter in der Textbeschreibung auf YouTube, führt auf diese Seite, auf der ganzjährig immer irgendwelche WB-Asus-Angebote sind. Code WB Plus gilt bis zum 12. Juli 2023. Hier drunter auch ein Link, der auf meine Homepage führt und auf meine Hardware-Seite dort. Da könnt ihr sehen, wie ich ausgestattet bin von Asus, was es da im Detail noch gibt. Und ja, vielleicht ist das ja was für euch. In dem Fall wünsche ich euch frohes und gesundes Sitzen. Bis dann.